Mahlzeit Leute und was geht? Herzlich willkommen zu dem nächsten Video. Der liebe Mike ist wieder hinter der Kamera und wir haben hohen Besuch bekommen. Der liebe Flo und die liebe Julia sind gekommen. Komm wir gehen mal gucken. Was ist denn hier los? Ich wollte gerade Hallo sagen. Hallo. Hi. Hi. Willst du irgendwas für die Kamera sagen, Julia? Was denn? Ich bin doch gerade erst angekommen. Ja, richtig so. Guck mal, wie ich aussehen soll. Oh nein. Ab zum Flo. Flo. Morgen. Ich habe schon gesehen, Fili-Krankheiten da auf dem Dings. Na, was geht? Alles gut? Ja, sicher. Wie geht es dir denn? Best denn? Was macht ihr hier? Wir machen was an Jüla. Das ist eine Überraschung für Jüla. Komm mal mit. Komm mal mit. Okay. Komm, wir gehen schon mal. Der ist gut drauf. Das ist schon mal super. Julia, komm mal mit. Komm mal mit. Wir haben eine Überraschung für dich. Also guck mal, wir haben ja schon in dem Video, was ihr davor gesehen habt, den Kabelbaum für dich montiert, wovon du natürlich noch nichts weißt. Aber der Kabelbaum montiert. Funktioniert das? Das haben wir noch nicht geguckt. Na klar funktioniert das. Die Frage allein schon. Das wird funktionieren. Definitiv. Ja, hallo, wenn Nick das ist. Morgen. So, Flo, guck mal. Wir haben jetzt schon den Kabel montiert. Ähm, den was? Den Kabelbaum montiert. Für Blinker hinten und vorne. Ähm, aber das haben die Jungs schon alle im Video davor gesehen. Blinker. Genau. Blinker braucht eigentlich kein Mensch, aber egal. Julia wollte es. Ja. Also kriegt sie es. Was wir jetzt gerade machen, da hat die Julia mich drum gebeten. Sie wollte, dass wir den Akrapovic montieren. Und das machen wir jetzt. Ah, okay. Findest du geil, ne? Ne, Mike findest du auch gut, ne? Ich find's super. Deswegen, ne? Mike, wir schnappen uns den Akrapovic. So. Ja, perfekt. Da ist der Akrapovic. Geile Scheiße. Ah ne, der ist der Akrapovic. Ja gut, aber wir haben die jetzt, ne? Zeig, dass man die Julia hat und freut sich. So, wie Martin. Wir überraschen sie mit ihr. Ganz einfach, die weiß noch nichts davon. Ja. Die freut sich jetzt schon. Ich hör's. Ja, ich hab's versucht, die andere Leute zu umarmen. Ah. Dahinter. So. Ah. Julia ist montiert. Hä? So schnell? Ja. Ach, ihr seid so witzig, ne? Danke. Hä? Du wolltest deinen Akrapovic dran haben. Danke. Das verstehst du das jetzt nicht? Guck mal, hat er jetzt es realisiert. Nein, das ist der Akrapovic. Also der Akrapovic, genau. Du hast mich gefragt, und wie wir ja gestern im Livestream schon erwähnt hatten, montierst du den? Haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Würde ich sagen, ne? Den schrauben wir jetzt noch fest und dann war's das. Ja. Soundcheck, würd ich sagen, oder? Ja, würd ich auch sagen. Ja, beste Leben. Brab. 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 Ja, fällt dir nicht, oder wie? Ne, das ist schön. Also der aufgewandt ist geil. Boah. Ja, das ist der Akrapovic. Versteh ich jetzt nicht ganz. Guck mal, wir haben sogar gebrannt ein Husqvarna-Logo noch dahinter. Geil. Also den hat so, glaub ich, keiner, Julia. Ne, echt nicht. Der ist sogar legal. Der ist legal. Mit E-Nummer. Der hat ein DB drin, das ist alles wunderbar. Damit kannst du auf der Straße fahren. Wunderschön. Ja. Richtig cool. Du brauchst keine Bedenken haben. Der Flo freut sich auch schon. Hm. Also die Begeisterung fiel jetzt irgendwie nicht so doll aus, wie er gehofft. Ja. Kann nicht viel ändern, ne? Weißt du, die sagen schon, wir montieren das jetzt, montieren wir das Ding und dann ist es auch ja falsch. Weißt du, nein? Ja. Keine Ahnung. Die Frau und wie man es denen letzten Endes irgendwie recht machen möchte, ist immer falsch. Ist ja, ich immer irgendwie falsch. Toll. Guck mal, baust du denn da auseinander? Mit dem Klavier oder was ist das? Klavier? Wie das denn? Das ist eine Nockenwelle. Für DZ oder was? Ja. Wir haben aber eingelaufen. Was ist die DZ-Nocken? Nee. Ja, so weißt du, irgendwie ist die Stimmung jetzt so raus bei mir. Ich dachte, Julia freut sich jetzt. Ey, aber. Das war schon schön. Auf einmal. Jetzt ist es doch gut, Julia. Jetzt bin ich wieder gut genug, weißt du? Wir haben einen Soundcheck. Komm, Soundcheck, Niklas. Ja, soll man? Ja, Soundcheck. Sehen. Zündschlüssel an. Noch ein Zündschlüssel. Gang ist raus. Ey, geht doch gar nicht. Der Tank ist doch gar nicht drauf, Maik. Ja, gut. Das war's. Da ist doch der Sound. Hörst du das? Da. Das ist perfekt. Da war. Ich würd sagen, geiler Sound. Braap. Braap. Der Sound war da. Komm, mach das nochmal und dann kommt Braap. Okay. Wir hören jetzt. Braap. 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 Ja, war perfekt. Wunderbar, Leute. Und damit beenden wir dieses Video. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank, Maik. Vielen Dank, Flo. Vielen Dank euch allen anderen, die tatkräftig unterstützt haben. Natürlich bei dem Umbau der Auspuffanlage von der lieben Julia auf seiner, auf ihre, Entschuldigung, FE450. Ja, würd sagen, geile Sache. Haut rein.